So Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, wie soll ich das mitteilen? Heute wird jemand gebannt aus Shaggy, seinen Discord. Sag erst mal, hallo. Guten Tag. Du hast mich nicht erst vorgestellt, du Bonn, du bist so lustig. Ja, mit Michael. Weißt du? Du stellst dich doch auch nicht immer vor. Äh, du stellst mich auch nicht vor. Bestimmt schon. Heute... Macht jeder anders. Ja, heute bannen wir den süßen, kleinen, beleidiger Turka. Aus welchem Grund auch immer. Kannst dir ja zeigen, die Gründe. Mach ich auch gerade. Die Leute können das mal kurz lesen, lalalala. Grund wegen der Einmischung, Beleidigung, blablabla. Shaggy bestimmt, was er machen soll oder nicht. Wegen Freundschaft gegen mich und Shaggy. Freundschaft kaputt machen. Grund für und Beleidigung gegen Shaggy. Und mir und Speedrunner und et cetera. Und die Abstimmung hat leider gewonnen. Bitte. Warum leider? Ach, nur so. Also nicht leider, aber perfekt so. Es sind vier Leute, die für Ja gewidern. Also für nichts mit, aber für das X... Naja, wir müssen ja noch umfragen gucken, was die anderen Stimmen sagen. Na, ich gucke gerade die Stimmen nach. Ach so, ja. So, Freunde, bei TikTok habe ich auch eine Umfrage gemacht, ob er gebannt werden soll oder nicht. Leider. Warte. 67% für Ja und für 33% für Nein. Verdeckt bei dir, Shelby? Muss ich gerade gucken. Warte, ich kann auch nachgucken. Mach mal nicht schneller. Mach mal nicht schneller irgendwie. So, 100% für Ja. Bei Shaggy. Bei Speedrunner gucke ich gerade auch schneller. Auch für 100%, ja. Also wird er heute gebannt. Tudum. Kann ich auf den Button drücken? Was soll ich machen? Was wollen wir nehmen? Verdichtiger gegen Salverregeln verstoßen? Oder sonstiges? Ne, was Eigenes. Was Eigenes. Sonstiges. Okay, gut. Wie viele Stunden? Nichts. Die letzte Stunde. Die letzte 6 Stunden. Die letzte Stunde. Die letzte Stunde. Die 24. Die 7 Tage. Oder nix. Nix. Oder ist das nur, wenn ich... Na, eigentlich nicht. Na, wenn ich für die letzte 7 Tage auswähle, würden die alle Nachrichtengelösser geschrieben hat. Wozu? Auswählen wird er nur gewandt. Ohne die Nachricht. Ganz im Moment, wie du willst. Mit er weisen es nix aus. Was? Mit er weisen es nix aus. Also nix löschen. Okay. Bei BBS und Spedfau. Und Spedfau. Ähm, Spedfau. Und Spedfau auch, ja. Spedfau musste ich Helbi fragen. Und bei BBS kann ich auch. Da machen wir noch nicht. Da hab dann. Also Spedfau noch, willst du noch was sagen? Zzzz. Zzzz. Die Zau winkt Michael. Zzzz. Zzzz. Und weg ist er. Verlassen. Warte. Und User Toker hat den Server Community Gaming verlassen. Tudun. Und jetzt kommt noch Twitch dazu. So Freunde. Jetzt haben wir noch den süßen Twitch da. Das Sped BBS und Spedfau, der kennt Rechte. Kann ich machen. Äh, bei BBS kann ich mir ja Rechte geben. Du wirst es ja nicht. Für ihn nicht. Aber bei Spedfau kannst du da machen. Machst du das. Bisschen nicht rein. Ja doch, Spedfau bin ich noch drin. Na, machen wir jetzt bei Twitch weiter. Wie Trailer willst du auch noch was sagen? Bei Twitch? Was ist das? Zzzz. Oh, achso, das sieht man nicht. Ups. Guck. Häh. Ach komm. Oder kaum noch. Warte. Ich nehme mich mal kurz vor weiter. Weiter. Warte, Trainer. Ja, wir können gleich rüberkommen, so wissen wir nicht. Ja, wir kommen gleich. Habe ich mir auch schon geschrieben. Ja. Eigentlich. Habe ich dir noch nie erzählt. Na ungefähr fünf Minuten aber. Ach, der ist weg. Habe ich mir auch schon. Ja. 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 So, Freunde. Wir machen heute 24er. Also nicht wundern. Bye, bye. Und adi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.